Hallo zusammen und vor allen Dingen hallo DB Plays. Am Samstag gibt es anstatt einer Schlagzeugführung dann deine langersehnte Antwort von wegen wie ich meine Bassdrum und Stairdrum stimme, denn ich habe heute ein Video gedreht, aber ich habe es nicht mehr das hochzuladen. Deswegen am Samstag gibt es dann dieses Video für dich.